Und da werden wir auch schon erwartet von Kolleginnen und Kollegen, da gehen wir wieder vorne an und hier. Herzlich willkommen zum ganzen Streit! Der Kass ist doch heutzutage voll! Wir haben mehr als 70 Stücke hier. Und ich rechne damit, dass wir jetzt mehr als 10.000 Kolleginnen und Kollegen sind, die hier auf der Straße stehen und für mehr Verhalt und für eine faire Einrichtung hier im Kempstuhl. Hallo! Hallo! Der Kass ist doch heutzutage voll! Der Kass ist doch heutzutage voll! Wir haben mehr als 10.000 Kolleginnen und Kollegen hier aus allen Bereichen der Verwaltung, der Kühe, der Medizin, der Straßenhäuser. Herzlich willkommen zu den 30.000 Kolleginnen und Kollegen, die sich und den Verwaltung weiter geklappt haben. Untertitelung von Kaminn